Boah, AMD, könnt ihr euch mal langsam entscheiden? Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Und Schande über meinen Konsolen-Haupt, aber die Consolerus, die müssen diese Woche sehr, sehr tapfer sein. Denn News-mäßig sieht es aktuell ziemlich düster aus. Haltet durch, das überstehen wir auf jeden Fall auch noch. Denn es gibt nun schon wieder ein PC-News-Video, vollgepackt mit allem, was dem PCler so gefällt, von Intel-CPUs bis zu AMD-Mainboards und Intel-Grafikkarten. Jawohl, der alte Money-Monitor hatte keinen Schlaganfall. Intel-Grafikkarten. Und es geht natürlich auch mal wieder um Envidas RTX 3000er Grafikkartengeneration. Aber kommen wir doch erstmal zu Intels Comet Lake und meinem Problem mit den NDAs. Also jetzt egal von welcher Marke übrigens, denn die ganzen NDAs, die fallen so gut wie immer um 15 Uhr nachmittags deutscher Zeit. Dummerweise sind es um 15 Uhr, meine Videos aber immer schon im Kasten. Und nach 15 Uhr schaffe ich es unmöglich, noch ein vernünftiges News-Video für den gleichen Tag zu produzieren. Was also tun? Ganz ehrlich, das NDA links liegen lassen und trotzdem das berichten, was mir so alles vorliegt. Daher seid jetzt nicht verwirrt, wenn ich jetzt von vorab Benchmarks zu Intels Comet Lake berichte, es ganz offizielle Benchmarks beim Verscheiden dieses Videos aber schon gibt. Und ein umfangreicheres Video zum Thema wird es auf jeden Fall am Freitag noch geben. Da will ich das Thema heute jetzt auch nicht allzu lang anpacken. Wie immer sind es natürlich die Chinesen, die für diese News jetzt verantwortlich sind. Bilibili ist die Plattform, die nicht das erste Mal in meinen Videos genannt wurde. Und hier wurde ein recht umfangreicher Test von TechLab mit dem 10900K im Vergleich mit dem AMD Ryzen 9 3900 und 3950X veröffentlicht. Offensichtlich nicht mit einem Test-Sample, sondern mit einer ganz normalen Einzelhandels-CPU. Was immer gut ist, da ja natürlich nicht auszuschließen ist, dass die Hersteller ihre Test-Samples eventuell vorsortieren. Womit ich jetzt übrigens nicht explizit Intel meine. Und in diesem Test kommt der 10900K überraschend gut weg und schlicht in dem ein oder anderen Benchmark sogar einem die Speerspitze, den 3950X mit 16 Kern und der 3900X wird sogar in der Mehrzahl der Tests geschlagen. Die Benchmarks wurden auf möglichst ähnlichen Systemen mit einer RTX 2080T durchgeführt mit diversen Anwendungsbenchmarks, dem 3D-Mark und diversen Spielen. Im Schnitt liegt der 10900K damit in Anwendung knapp 6% vor dem 3900X von AMD und in Spielen immerhin 3% vorne. Bei Spielen ist das auch kein Wunder, da habe ich sogar mit mehr gerechnet und das war zu erwarten. In Anwendung ist das aber schon so ein bisschen schwer zu glauben. Es könnte hier durchaus sein, dass hier eher Benchmarks ausgewählt wurden, die Intel halt so ein bisschen besser dastehen lassen. Und Tech Lab hat noch ein paar Infos dazu gepackt, die allerdings nur maschinell übersetzt werden konnten. So zum Beispiel, dass die Temperaturen und der Stromverbrauch des 10900K recht hoch sind und eine All-in-One-Wasserkühlung mit 360mm empfohlen wird. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Machen wir es kurz, in Benchmarks wie Cinebench sind auf jeden Fall Kerne gefragt. Hier ist Intel natürlich letzter. Bei WinRAR wendet sich das Blatt und der 10900K schlägt selbst den 3950X deutlich. Beim beliebten 3D-Mark liegt der 10900K grob gleichauf mit dem 3900X. Außer dem Firestrike Extreme, da ist er minimal schneller. Interessant ist, dass der Intel in GTA 5 keine Chance gegen die AMD-Riege hat. Dafür aber in allen anderen Spielen mal mehr, mal weniger deutlich vorne liegt. Aber wen nicht überraschen, natürlich auch mit dem klar höchsten Energieverbrauch. Wie gesagt, will ich da auch jetzt gar nicht noch näher drauf eingehen, weil sich das halt mit den offiziellen Tests dann überschneiden würde. Aber es gibt jetzt wenig Gründe dafür, warum sich diese Tests jetzt von anderen unterscheiden sollten. Alle, die sich nur über meinen Kanal informieren, haben jetzt zumindest schon mal so eine Grundlage dafür. Und der 10900K scheint sich auch besser zu schlagen als gedacht und ziemlich sicher auch weiterhin die schnellste Gaming-CPU des Planeten zu sein. Fraglich ist nur, wie das dann aussieht, wenn AMD mit Ryzen 4000 um den Sockel kommt. Ob Intel dann die Preise wohl noch ein bisschen senken wird? Denn auch die ersten Preise der Online-Shops sind schon da. So soll der 10900K stolze 589 Euro kosten und der KF 549. Was halt in keinem Verhältnis zum 3100X steht, der bereits ab 429 Euro angeboten wird. Der 10700K mit 8 Kären kostet 445 Euro und der 10700K als Gegenspieler zum 3100X kostet 425 Euro. Und das ist deutlich teurer. Auch wenn wir natürlich nicht genau wissen, wie sich beide jetzt im direkten Vergleich schlagen. Und zu guter Letzt erstmal der 10600K mit 6 Kären für 310 Euro und der 10600K als Gegenspieler des 3600ers für 279 Euro. Das sind mehr als 100 Euro mehr als für den 3600 von AMD. Wie will Intel bitte diesen Aufpreis rechtfertigen? Selbst wenn der 10400, der ebenfalls 6 Kärne besitzt, so schnell wie der 3600 wäre, wäre er mit 210 Euro immer noch deutlich teurer. Also was will Intel mit dieser Preispolitik bitte erreichen? Selbst wenn alle neuen Intel CPUs etwas schneller als ihre AMD Gegenspieler sind, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch deutlich schlechter. Noch dazu, weil man ja nun mal zwingend auch ein neues Mainboard dafür benötigt. Ich sehe da aktuell echt schwarz. Mehr Infos dazu gibt es auf jeden Fall im nächsten News-Video und apropos Mainboards. Denn das Thema Mainboards ist ja weiterhin so eine Sache. Intel verlangt schon wieder neue Mainboards für die neuen Comet Lake CPUs, die aber immerhin auch noch die 11. Generation unterstützen sollen. Und AMD haute vor einigen Tagen noch die Info raus, dass für Ryzen 4000 ausschließlich die Mainboards mit 500er Chipset nötig sind. 400er und 300er Chipset fallen raus. Die Begründung, viele Boards haben einen zu kleinen BIOS-Chip mit nur 16 Megabyte. Aber halt nicht alle. Es ist halt ähnlich wie letztes Jahr mit PC-Express 4.0. Viele Boards hätten damit nämlich locker umgehen können, aber halt nicht alle. So hieß es anfangs, dass PC-Express 4.0 auch auf 400er Mainboards nutzbar sein soll und später dann, ne Leute, geht doch nicht. Die komplette Verwirrung war dann halt da. Okay, okay, das ist jetzt nicht wirklich schön, aber ich dachte mir halt einfach, immerhin hat AMD das frühzeitig klar gemacht, sodass es halt keine Überraschungen gibt. Und wie konnte man auch nur den allerkühnsten Träumen damit rechnen, dass das den Usern nicht gefiel? So gab es nämlich einen kleinen, aber feinen Shitstorm gegen AMD. Und offensichtlich hat AMD das Ganze dann irgendwie doch überrascht. Ja, mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Was hat AMD sich denn gedacht? Dass die User das freudestrahlend hinnehmen werden und rufen, juhu, ich kann mir endlich wieder neues Mainboard kaufen. Denn ja, es ist wahr, auf AMD Skalären wurden alle Pins in die Hände genommen und es wurde zurückgerudert. Denn wie es aussieht, wird AMD in Zusammenarbeit mit den Mainboard-Herstellern nun doch dafür sorgen, dass die 400er Boards mit Ryzen 4000 AKS 3 laufen werden. Bei allen Boards mit 32 MB BIOS eh kein Ding. Nur die Boards, die nur 16 MB haben, müssen eventuell nach einem BIOS-Update damit leben, dass keine älteren Ryzen-CPUs mehr auf dem Board laufen werden, da halt der Speicherplatz für die Unterstützung schlicht nicht reicht. Und das ist jetzt erstmal die gute Nachricht. Nun aber, jetzt mal eine Frage an AMD. Was soll der Mist? Um so einen Shitstorm vorherzusagen, bedarf es doch weder in einer Glaskugel noch eines Hochleistungsgegeln mit mehr als 10 IQ-Punkten. Warum könnt ihr denn nicht sofort klar Schiff machen und ansagen, was Sache ist? Oder zumindest mit den offiziellen Infos wie dieser Folie einfach erstmal abwarten, bis die Sache überhaupt geklärt ist. AMD sorgt jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander für totale Verwirrung bei den Usern. Da wünsche ich mir tatsächlich fast lieber, dass ihr einfach dabei geblieben werdet, dass die 400er Boards halt nicht funktionieren. Aber dieses Hin und dieses Her, das verstehe ich einfach nicht. Ja, am besten wäre es natürlich gewesen, wenn ihr sofort gesagt hättet, dass die 400er Boards unterstützt werden. Es aber einige Boards geben könnte, die halt nicht funktionieren. Wo ist denn das Problem? Wäre es jetzt wirklich so schwer gewesen? Aber das Lustige ist ja, dass ich das natürlich schon vorhergesehen habe, denn ich sagte zu dieser Folie nämlich schon, dass man doch erstmal abwarten sollte. Denn ich glaubte tatsächlich, dass die 400er Boards eventuell trotzdem laufen würden. Und zack, Monty hatte natürlich mal wieder recht. AMD, ganz im Ernst, lasst den Mist und hört doch endlich auf, eure Kundschaft zu verwirren. So, erstmal noch ein bisschen durchatmen. Meine Güte, was regt mich so ein Vorgehen vielleicht auf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, kommen wir da jetzt mal einfach zu Intel Grafikkarten. Und ja Leute, glaubt mir, es stimmt wirklich, wir sprechen jetzt und hier von Intel Grafikkarten. Diese wurden übrigens bereits 2018 angekündigt. Bis heute, Mitte 2020, ist von denen aber herzlich wenig zu sehen. Ich sehe jedenfalls keine. Und das ändert sich natürlich auch jetzt leider mit dieser News hier nicht. Trotzdem bekommen wir mit den jetzt aktuell veröffentlichten OpenCL-Werten der Intel XE GD1 Grafikkarten immerhin mal so einen kleinen Einblick in das, was Intel da aktuell überhaupt so treibt. Die Karte ist übrigens keine Gaming Grafikkarte und wird es wohl auch in Zukunft nie zu kaufen geben. Die Karte ist nämlich eigentlich nur für Entwickler gedacht, die ihre Software auf die Architektur abstimmen wollen. Und daher, die sind natürlich auch alles andere als viel Power und ordnet sich sogar deutlich unter den schwächsten Gaming-Grafikern von AMD und Nvidia ein. Also, einer RX 5500 und einer GTX 1650. Denn nur 768 Shader und um die 1500 MHz sind jetzt nicht unbedingt der Knaller. Ebenso wenig dient nur 3 GB Speicher am 92-Bit-Speicherinterfest und eine Rohleistung von 2,3 Teraflops FP32. Das Ganze spiegelt sich dann auch in den relativ schwachen OpenCL-Werten wieder, wobei es darum ja jetzt eigentlich auch gar nicht gehen soll. Eher darum zu zeigen, dass bei Intel auf jeden Fall irgendwas passiert. Nur wie üblich dauert das halt ein bisschen länger als geplant. Ja, die Werte der Karte sind wirklich wenig beeindruckend, aber das ist ja auch erst der Anfang. Und man sollte ja auch erstmal mit den Grafikkarten der untersten Preisklasse anfangen und sich dann so langsam hocharbeiten. Denn wir wissen ja auch gar nicht, was so eine Karte eigentlich kosten könnte. Und ja, ich wünsche Intel auf jeden Fall viel Erfolg in dem Bereich, denn mehr Konkurrenz, die schadet eigentlich nie. Wisst ihr eigentlich, was ein Tape-Out ist? Nein? Es ist wohl ein sehr wichtiger Schritt im Bereich der Herstellung eines Mikrochips. Und Wikipedia schreibt es genau so auf wie hier. Und vom Tape-Out bis zum fertigen Chip sind es in der Regel dann nur noch wenige Monate und man spricht hier so von 6 bis 9 Monaten. Und der berühmte Leaker Co-Pi7 Kimi hat mal wieder was auf Twitter abgelassen, nämlich das Tape-Out des GA104-Chips von Nvidia auf Ampere-Basis. Das Ganze knapp zwei Monate nach den Infos über den GA102-Chip, der auf der vermeintlichen 3080Ti arbeiten könnte. Eine 104er ist in der Regel dann für eine 3080 gedacht. Die Frage ist jetzt nur, wie alt diese Info jetzt eigentlich ist. Wenn das auf Twitter jetzt zeitnah gepostet wurde, dann könnte es wirklich noch bis zum Jahresende oder eventuell 2021 dauern, bis eine 3080 erscheint. Und aktuell spricht wohl alles dafür, dass Nvidia sein Veröffentlichungsschema sogar ändert. Und bei der 3000er-Generation erstmals mit einer 3080Ti beginnen wird, deren Tape-Out-Info halt schon zwei Monate alt ist. Und daher ziemlich sicher natürlich auch noch 2020 erscheinen wird. Mit viel Glück sogar schon im Sommer diesen Jahres. Erst später können dann 3080 und 3070 mit dem GA106-Chip folgen. Und die nächste Frage ist nun, warum Nvidia sowas machen könnte? Die Antwort ist so einfach wie eigentlich sogar erschreckend. Es könnte nämlich sein, dass die 3000er-Grafikkarten vielleicht doch nicht ganz so schnell werden, wie erhofft, und eine RTX 3080, die 2080Ti, nicht schlagen wird. Denn das war bisher immer so, dass Nvidia eine Grafikkarte veröffentlichte, die das Tape-Modell des Vorgängers halt schlägt. Es ist also damit zu rechnen, dass eine 3080Ti 2080Ti nicht schlagen wird und daher die 3080Ti als erstes erscheint. Aber Achtung, das Ganze ist jetzt natürlich definitiv höchst spekulativ. Ebenfalls spekulativ, aber nicht unwahrscheinlich ist übrigens eine RTX 3090, die von vielen Magazinen und Seiten ja schon fast bestätigt wurde. So zum Beispiel in einem Video vom PC-Welt mit technischen Daten und allem drum und dran. Und zwar so, als ob das Ganze alles schon feststehen würde. Was es aber nicht tut. Und warum eine 3090? Das könnte mit dem GA103-Chip zusammenhängen, der überhaupt keinen Vorgänger hat und sich dann zwischen einer 3080 und 3080Ti ansiedeln würde. Und der Platz dazwischen ist halt verdammt eng. Daher ist durchaus damit zu rechnen, dass eine 3080Ti vielleicht den 103er bekommt und eine 3090 dann den 102er und dann wieder das Programm damit ausweitet. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das jetzt überhaupt alles verstanden habt. Dem entgegen spricht aber die Info von Cobite 7 Kimi, dass der 103er möglicherweise sogar gecancelt wurde. Also jetzt auch keine handfeste Info. Vielleicht ist ein Video ja gerade noch so ein bisschen am Eroieren, wie das Programm jetzt eigentlich aufgestellt werden soll. Ja, ist das auf jeden Fall einfach abwarten. Aber eine 3090, zumindest mit dieser Bezeichnung, ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Aber trotzdem Leute, glaubt nicht alles, was ihr hört und was ihr lest. Es gibt aktuell nicht eine einzige offizielle Infos zu den RTX 3000er Grafikkarten. Alles hier im Video Gesagte, genauso wie auch auf allen anderen Seiten und in allen Videos, das sind alles nur Gerüchte und Spekulationen. Nicht mehr und nicht weniger. Es kann alles tatsächlich auch ganz anders kommen. Und zum Schluss noch eine ganz kurze vage Voraussage zur Speicherbestückung der Nvidia Grafikkarten. Denn die Frage, die kam gestern nämlich auch mal wieder in einem meiner berühmt-berüchtigten Twitch-Streams auf. Und ich bleibe auf jeden Fall dabei, dass wir uns nicht auf eine deutliche Erhöhung der Speichermenge freuen sollten. Die bisherigen Leaks und Gerüchte sprechen nämlich eine ganz andere Sprache. Und falls die Infos zu den nicht breiter gewordenen Speicherinterfaces der RTX 3000er Grafikkarten stimmen sollten, ist normal fast nur mit einer Speicherverdopplung zu rechnen. Was dann aber doch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten wäre. Oder halt nur eine kleine Erhöhung bis zum Verbleiben auf dem aktuellen Niveau mit dem Speicher. Vorausgesetzt, es bleibt natürlich bei den Speicherschipps der bisherigen Größe. Wenn es hart auf hart kommt, wird Nvidia auf der Ampere-Generation sogar wieder bei 6 GB Speicher für die 60er Karten hängen bleiben. Was dann aber doch eindeutig zu wenig des Guten ist. Denn die 3060er, die dürfte sich am Ende natürlich auf dem Niveau einer RTX 2070 oder 2080 bewegen. Wie gesagt, ist das alles aber natürlich nur pure Spekulation. Aber macht euch bitte keine großen Hoffnungen. Speichermäßig wird sich hier wohl in der nächsten Zeit sehr wenig tun. Am besten würde Nvidia doch damit fahren, mehrere unterschiedliche Grafikkarten mit verschiedenen Speicherkonfigurationen zu verkaufen. Dann ist es nämlich auch für den kleinen Geldbeutel was dabei, ebenso für den glücklichen Gold-Ese-Besitzer, zu denen ich mich leider nicht zählen kann. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und mir ist heute auch total egal, dass es ein Kommentar unter einem Konsolen-Video zum Thema Konsolen ist. Der hätte nämlich ganz genauso gut von einem Intel- oder AMD-Famboi stammen können. Und so viel vorab, wenn man das jetzt so liest, gibt es unweigerlich eigentlich nur eine einzige Reaktion. Oh Mann. Bin absolut kein Fanboy oder so, aber Xbox war immer kacke. Xbox wird auch diesen Kampf gegen Playstation 5 verlieren. Die Playstation 3, die wirklich keine besonders gute Konsole war, hat am Ende die Xbox damals geschlagen. Allein die Exklusivs auf der Playstation waren immer weit besser als bei der Xbox. Das wird sich auch dieses Mal nicht ändern. Oh Mann, Pai Mai, weißt du, ab dem zweiten Satz ist dein Kommentar ja schon echt ziemliche Grütze. Aber der erste Satz, der sieht im Ganzen echt die Krone auf. Wieso schreit denn offensichtlich so verblendeter Fanboy dann auch noch direkt davor, dass er kein Fanboy ist? Wie realitätsfremd muss man denn eigentlich sein? Glaubst du das wirklich, wenn du dir deinen Kommentar jetzt auch mal ganz sachlich durchliest? Was? Meine Friste, das ist doch kein Kampf. Das ist Konkurrenz. Warum war die Xbox eigentlich überhaupt immer kacke? Dann hau doch wenigstens ein paar sachliche Argumente raus. Oh, mir wird echt speiübel, wenn ich sowas lese. Und warum eigentlich in einem PC-News-Video? Na, zum einen habe ich das vorhin ja schon gesagt. Das sind halt so typische Fanboys, die es auch woanders gibt. Aber auch, um euch jetzt mal zu zeigen, was unter meinen Konsolen-News-Videos teils so abgeht. Hier unter den PC-News-Videos gibt es ja immer ziemlich gesittet zu. Aber unter den Konsolen-News-Videos herrscht fast immer so eine Art Krieg. Was habt ihr denn davon, das andere System jetzt so schlecht zu reden? Ja, was soll ich sagen? Ich werde es einfach nie verstehen. Es gibt ja viele Leute, die wünschen sich ein PC, dass sie nicht mal einen einzigen PC überhaupt besitzen. Aber einige leben offensichtlich auch im PC-Schlagaffenland und haben mehr PCs als einige Leute unter Bussen zu Hause. Und ja, meine letzte Umfrage hier. Wie viele PCs besitzt du ohne Laptops? Okay, den ersten Balken, den können wir einfach direkt überspringen. Logisch, dass die meisten nur einen einzigen PC besitzen. Ganze 54%. Aber dass so viele Multi-PC-Besitze unter meinen Zuschauern sind, damit habe ich dann doch nicht gerechnet. 21% besitzen immer einen 2% und 13% sogar drei PCs. Da frage ich mich, was macht ihr damit? Und ja, in den Kommentaren gab es sogar viele Beschwerden, dass ich nicht mehr als drei anbiete als Option. Und einige sind dabei, die nicht mal mit der Zeit 10 ausgekommen wären. Ja Leute, habt ihr eigentlich keine anderen Hobbys? Na ja, warum auch? Das ist immerhin das beste Hobby der Welt, oder nicht? Aber trotzdem, krass das Ganze. Und wie viele ich besitze, weiß ich glaube ich gerade nicht so. Ich glaube 5, aber eigentlich nur 2 relativ aktuelle. Also mein Haupt-PC da und mein Test-PC hier. Denn mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Und ach ja, die 7% haben übrigens gar keinen. Und ich denke mal, dass ihr nur am Laptop oder halt auf dem Smartphone zuschaut, aber zumindest plant einen zu kaufen. Ja und 2% halten das für eine ziemlich blöde Frage. Und fragt mich nicht, warum ich das überhaupt an die Auswahl mit reingebracht habe. Weil ich es kann. Vielen Dank auf jeden Fall mal wieder an alle Teilnehmer. WLAN und Bluetooth-Kabel sind natürlich schon auf dem Weg. Viel Spaß auf jeden Fall damit. Und viel Spaß noch mit dem Spiel. Suche und klicke auf den Abo und Like-Button. Macht irre Spaß. Und wenn ihr sie gefunden habt, dann ändern sie auch gleich direkt die Farbe. Mann, ist das nicht geil. Also auf jeden Fall sofort mitmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.